Hallo, verehrte Zuschauer. Ich mache wieder einen Soundcheck durch Buzzatronics One World Buzz. Hoffentlich wird es nicht gesperrt. Ja gut, sonst seht ihr das Video ja eh nicht. Ich sag es ja nicht schon mal. Es geht hier richtig schön ab. Der Clip geht richtig schön auf. Sonst ich hätte es auch wunderbar, weil da ist glaube ich mal was dabei, was wieder richtig extrem tief reingeht. Ich habe zum Glück den Sapsonic Filter an, obwohl der auch nicht alles jetzt weg hatte, aber schon gut. So, drehen wir mal ein bisschen auf. Ja, es kommt noch nichts in Clipping rein. Dieser klare Diebe passt einfach geil. 1 3 4 5 5 5 6 5 6 6 6 6 8 8 9 10 11 12 12 13 16 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15